Relativ kurz vor Release gab es nun den ersten und wahrscheinlich auch schon letzten offiziellen vollen Trailer zu den Runaways Season 2. Wir schauen uns das Ganze heute mal an. Los geht's! Und eröffnet wird das Ganze direkt mit der jungen Truppe, wie sie vor irgendetwas wegrennt. Haha, Runaways! Sorry, das war mir ein bisschen zu unlustig direkt, aber es erfüllt seinen Zweck, von dem her nehme ich es ihnen nicht allzu übel. Wie wir sehen können, wird ziemlich direkt da angeknüpft, wo Staffel 1 aufhörte. Die Kids sind auf der Flucht und wollen natürlich weiterhin einen Weg finden, die Pride bzw. ihre Eltern zu stoppen. Und ich muss gestehen, mir gefällt tatsächlich, dass der Trailer das mit einer leichten Szene derartig rüberbringt, weil man wirklich direkt das Gefühl hat, wir setzen da an, wo es das letzte Mal aufgehört hat. Die junge Gruppe findet in Staffel 2 ein zumindest temporäres neues Zuhause im Hostel. Dieses tolle alte Haus, das ein paar Mal zu sehen ist und auch extra für Promobilder herhalten durfte. Der Unterschlupf für die Runaways, der, wie wir dank der Showrunner erfahren durften, mit Abstand das größte Studioset darstellt, das Marvel TV jemals in Auftrag gegeben hat. Von dort aus werden sie planen, agieren und leben. Und wie es scheint, haben alle Mitglieder nicht nur den großen gemeinsamen ARC, sondern wieder sehr schöne einzelne Plotlines, die unter anderem wie angeteast das Gruppengefüge in Gefahr bringen können. Hier bleibt abzuwarten, wie originalgetreu sie die internen Probleme bzw. Intrigen realisiert haben. Auf jeden Fall ganz viel Spannung zu spüren, was für Serien in Sachen Dynamik meistens gut ist. Auch schon verbaut war Toffer. Nicht nur wurde gezeigt, dass es sich der Gruppe gegenüber Ned darstellt, sondern dass es eben auch zu einem Kampf mit ihm kommen wird. Die Figur spielte mit den Runaways, um eigene Ziele zu verfolgen und das wird hier schön angeteast. Wobei mich dann interessiert, wie lange er Teil vom Story-Arc bleibt. Ob das nur ein kurzes Stück ist oder ob sie so schreiben, dass er auch relevant für den Main-Arc gegen die Pride in diesem Fall wird. Auf jeden Fall scheint die Truppe durch ihn einen Störfaktor dazu zu bekommen, gleichzeitig aber auch dann wieder einen Grund, gegen ihn zusammenzuarbeiten. Solche Figuren können ganz viel Potenzial generieren. Die persönlicheren Seiten der Entwicklungen der jungen Helden werden auch ein bisschen thematisiert. Beispielsweise zeigt Molly ganz klar, dass sie diese Kräfte, die sie bekommen hat bzw. die nun aktiv sind, nutzen möchte. Sie akzeptiert die Heldin, schön dargestellt durch die Helden-Masken-Szene und will eben als eine Heldin irgendwo agieren. Was wiederum etwas kontraproduktiv mit der Situation ist, weswegen sie das Ganze heimlich zu tun scheint. Auf der anderen Seite tauchen sie tiefer ein in die romantischen Entwicklungen von Staffel 1, speziell hier zu sehen mit Carolina und Nico. Das wird ein interessanter Teilplot, der je nachdem wie der Rest das Ganze sieht, Veränderungen herbeiführen kann, aber nicht unbedingt muss. Auch das zwischen Gerd und Jace. Wie geht es weiter und wird irgendwas überhaupt weitergehen? Und wie wirkt sich das dann ebenfalls auf die Dynamik-Entwicklung der gesamten Gruppe aus? Und in diesem ganzen Chaos scheinen sie aber zumindest auch einen Moment der Ruhe und Freude zu bekommen. Eine Art Party wahrzusehen. Wir wissen noch nicht wieso, aber es wirkt friedlich und unschuldig, was bei all den Events für so junge Menschen doch eine angenehme und verdiente Abwechslung sein wird. Gehen wir weiter zur Pride, die agieren aus einem scheinbar neuen HQ mit Staff, hochtechnologisch ausgerüstet, aktives Facetracking auf der Suche nach ihren Kindern. Was harmlos und nett wirkt, aber zumindest zu Beginn dunklere Hintergründe hat. Die Eltern von Gerd speziell wirken im Trailer noch deutlicher verändert als in Season 1. Sie hatten bisher die größten Zweifel und wollten schon lange raus, aber die Pride hat nun mal Einfluss und Mittel und macht es nicht gerade leicht rauszukommen. Aber speziell die Wilders hatten dann noch den Moment, der die Pride am besten beschreibt und visuell darstellt. Eine Welt wie eine Münze mit zwei Seiten. Reichtum, Wohlstand, Macht auf der einen Seite, Kameraschwenker, Waffen und dunkle Machenschaften, die notwendig sind. Und dann wird es im Laufe der Staffel verschiedene Konfrontationen zwischen den Kindern und ihren Eltern geben. Tina Minoru schwingt den Staff of One. Die Mutter von Chase entdeckt eigenartige Allpläne. Die Küche der Gibberim hat Carolinas Mom angekettet. Alex bekommt seinen gefesselten Vater serviert, wo ich glaube, dass der eine Hood-Kumpel eine Rolle spielen wird. Und allgemein scheinen die Eltern trotzdem überall irgendwo immer Augen und Ohren zu haben, die die Kinder finden und überwachen. Speziell das Aufeinandertreffen von Carolina und Jonah wird noch interessant. Er ist noch immer ein wenigen Fragezeichenfaktor. Er muss mehr Wissen zu den Gibberim besitzen. Und ich glaube auch, dass in diesem Bohrloch ganz unten in einer Variante vom Marine Vivarium mindestens ein schlafender Gibberim ruht. Nach den Geschehnissen vom Ende der ersten Staffel ist es schwer vollstellbar, dass die junge Dean sich ihrem Vater so voll und ganz gegenüber öffnet, beziehungsweise zulässt, dass er sie lehrt und sie für seine Sachen ausnutzt. Jonah mutiert dann zum großen Bösen für alle scheinbar, schaut so aus, als sehen wir da einmal einen finalen Kampf erneut am Bohrloch, wo sich die Pride und die Runaways gegen Jonah zusammenschließen, der aber mit ordentlich Bums dem Ganzen was entgegensetzt. Es wird allgemein viel Action-Spannung, Intrigen und Dramatik angeteased, schaut alles super vielversprechend aus und das absolute MCU-Highlight gab es dann noch mit dem Minoru-Teaser. Nico scheint im Umgang mit dem Staff eine uns dank Doctor Strange bekannte magische Verbindung einzugehen. Diese Augen, beziehungsweise wie sich die Haut um ihre Augen verändert, schaut sehr stark nach einer Verbindung zur Dark Dimension aus. Und so wie der Staff auch magische Partikel raushaut, das erinnert einen sofort an Cloak and Dagger. It's all connected. Auf jeden Fall ist entweder der Staff oder allgemein die dunkle Magie nicht gut für sie und man erkennt gut, dass es ihr zunehmend schlechter gehen wird, was den restlichen Kids noch mehr Probleme bescheren sollte. Da ich nicht mehr die Zeit haben werde, Vorserien statt die Figur Toffer zu erklären, mache ich das ganz kurz noch direkt heute. Toffer wurde ca. um 1900 geboren, wurde mit ca. 16 zu einem Vampir gemacht und konnte sich von da an über die Zeit durch verschiedene Events und Börsenaktivitäten beachtliche Reichtümer aneignen. Nachdem er dann 2001 sein Geld verloren hatte, wurde er kriminell mit zwei Partnern. Als er den Runaways begegnete, stellte er es so dar, als würden ihn seine Eltern zu Überfällen usw. zwingen und er schloss sich dem Team unter dieser Lüge an. Alex Wilder durchschaute ihn interessanterweise von Anfang an und duldete ihn trotzdem, weil er in der Situation und ihm als Person gutes Training für die Gruppe sah. Toffer wollte die einzelnen Mitglieder dann gegeneinander aufhetzen und wollte seinen Durst letztendlich mit den Kids stellen. Allerdings ging das ziemlich nach hinten los, als er Carolina Dean biss und ihr solargeflutetes Blut für den Vampir sich als logischerweise tödlich herausstellte. Ja, und das war's dann auch für heute. Lass einen Daumen da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Vielen Dank fürs Reinschalten. Macht's gut. Caps out.